Das ist Jan. Jan fährt am liebsten mit dem Fahrrad durch Berlin. Denn die Umwelt wird geschont, die Parkplatzsuche entfällt, in Großstädten lässt sich jeder Stau umfahren und ganz nebenbei bleibt man auch noch fit. Das erzählt Jan zumindest seinen Kollegen in fast jeder Mittagspause. Aber stopp, 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 stopp. Mit dem iPhone am Ohr telefonieren und gleichzeitig Fahrradfahren geht natürlich gar nicht und wird richtig teuer. Gut, dass es für Fahrradfahrer mit iPhone das passende Zubehör gibt. Mit dem Biologic Bike Mount fürs iPhone lassen sich auf dem Fahrrad alle Funktionen des Smartphones benutzen. Und das bei Wind und Wetter. Die durch und durch umweltfreundliche Verpackung beherbergt neben dem Gehäuse an sich auch noch die Schraubhalterung für den Fahrradlenker, ein Gummieinsatz für ältere iPhones wie das 3GS oder 3G und passendes Werkzeug für die Montage ist praktischerweise auch gleich dabei. Aber dazu später mehr. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Auf der Vorderseite finden sich neben der Aussparung für Display und Frontkamera auch der fühlbare Aufsatz für den Homebutton. Auch auf der Rückseite hat der Hersteller daran gedacht, die Kamera nicht zu verdecken. Auf der Unter- und Oberseite befinden sich verschließbare Zugänge für die Kopfhörer-Buchse und den Dock-Connector, um etwa einen externen Hochleistungs-Akku an das iPhone anzuschließen. Etwa für längere Ausflüge oder für Teilnehmer der Tour de France. Die Gummieinlage im Inneren macht das Gehäuse resistent gegen Staub und Schmutz und natürlich Wasser. Außerdem werden Vibrationen und Schläge von schlechtem Straßenbelag absorbiert. Auf ans Werk! Die Montage ist tatsächlich mit nur einer Schraube erledigt. Da das passende Werkzeug mitgeliefert wird, spart man sich den Gang zum Fahrradschrauber seines Vertrauens. Als erstes den Nippel durch die Lasche ziehen. Dann die Schraube schon mal ein wenig anziehen. Gehäuse festklippen und anschließend ausrichten. Das geht am besten, wenn ihr euch auf euer Fahrrad setzt. Jetzt die Schraube festdrehen. Fertig. Die Halterung lässt sich übrigens drehen. Apps im Breitbildmodus sind also kein Problem. Jetzt geht's raus. Das Biologic Bike Mount wollen wir euch selbstverständlich auch in Aktion zeigen. Das TomTom App. Damit lässt es sich nicht nur im Auto, sondern auch bestens auf dem Drahtesel navigieren. Mails checken für Workaholics, den Wetterbericht im Auge behalten oder einfach Kopfhörer einstecken und die Lieblingsmusik aus der Bibliothek auswählen. Die Bedienung durch das wasserdichte Gehäuse hindurch geht leicht von der Hand. Trotzdem hat Sicherheit immer oberste Priorität. Also nicht ablenken lassen von Musik und Apps. Ein Hinweis zum Schluss. Biologic bietet im App Store das kostenlose Bikebrain zum Download an. Die durchweg guten Bewertungen sprechen für sich. Der Funktionsumfang lässt nämlich keine Wünsche offen. Neben aktueller Geschwindigkeit, zurückgelegter Wegstrecke und verstrichener Zeit greift die App auch auf Google Maps zurück und zeigt an, wo ihr euch gerade befindet. Zudem informieren Diagramme und Grafiken über Trainingserfolge, um nur einige Funktionen zu nennen. Wie gesagt, die Bikebrain App ist kostenlos. Da kann man wirklich nicht meckern.